Ey komm wir wissen auch direkt wieder wer AD ist, nämlich der der stehen bleibt Machen wir ihnen das Leben schwer Viel Glück und ruhige Wasser AD Was? Wölfe greifen an, my lord! Setzen sie eine Nebelwald! Naja Versuch ich fall in die Mitte Ich fall in die Mitte Hab ich eigentlich Torpedoes? Ja ich könnte Torpedoes auch mal D schießen Ah ich bin so versucht ey, eigentlich will ich das immer mal gerne machen Mach doch Ist nicht so, dass wir das noch nie gemacht haben Neben Nur Sepp Mich auch Torpedoes auf Steuerbord Ah die treffen mich ja nicht mal Ja ich hab das jetzt auch nicht unheimlich beabsichtigt Oh nein, oh scheiße, ich halte an und dreh bei Was ist los hier? Ja mach das, los, fahr wegwärts Was ist los hier? Was ist los hier? Ich hab nicht da jetzt noch verlassen kommen Ah na und dann darf ich ja nicht mehr mitspielen, ist doof Nein ey, da nicht immer Torpedoes fangen kannst du ja nicht Ja, weil ich dann tot wäre und nicht mehr mitspielen könnte und du kriegst Minuspunkte, dann hätte keiner beantworten Oh! Oh! Ach schießt mir jetzt auch selber lol Scheiße! Ah, gib mir alle! Also Schaden hast, wieviel Schaden hast du gemacht? 800 oder so Boah! Insgesamt habe ich jetzt wieviel Schaden gekriegt? Eigentlich 1318 Ja, 1380 Ja, so ungefähr Jetzt am Ende, wenn er dann down geht, hätte ich die 1300 HP mehr gehabt, hätten sie alle geholt Boah, das hat er mir das letzte Mal auch die ganze Zeit vorgehalten, ey, nur weil ich zwei Torpedoes auf ihn geschossen habe Ja, hier drüben ist ein Schlachtschiff Was ist so was für ein Schlachtschiff? Ne, ich wollte halt nur sagen, dass das hier ist Aber das ist außer Range, du machst das Ich helfe dem Zap, der hat schon so viel Damage kassiert Naja, ich treffe das Schlachtschiff auf jeden Fall Ich mache halt nur leider keinen Schaden an den LOL, what? Was hat denn mich jetzt getroffen? Durch Schlachtschiff? Okay, auf mich schießt ein anderes Schlachtschiff noch Könnt ihr mir helfen, Leute? Ich werde hier drüben von der Seite tierisch beschossen, kann da mal jemand anderes drauf schießen? Oh, okay Boom, boom Oh, jetzt bin ich entdeckt Das ist egal Ich weiß Der hat mir nur halt mal die Hälfte an Leben abgezogen Sepp, da sind ein paar Schlachtschiffe auf die du zufährst, ne? Mhm Oh, das Schlachtschiff ist gegen die Insel gefahren Die Gegner ist ein kräuter entdeckt Die Gegner ist ein kräuter entdeckt Sie sind zu entdeckt Sie sind zu entdeckt Sie sind zu entdeckt Drauf da Drauf da Okay, wir haben ein Teamkill Super Super Hier hinten sneekt sich auch eine St. Louis rum übrigens Oh no Dann versenken wir die gleich auch noch Boah ey, wie wir keinen Damage an den dicken Dingern machen Ne Ja, mein Bruder ist außer Gefecht gesetzt und ist irgendwie nach links eingeschlagen Ich sag dem, fahr nach rechts und dritte links rum Ja, wenn das beschädigt ist Das ist doof Was ist auch beschädigt? Kommt irgendjemand mit hier? Ja, ich bin halt schon vorne, ne? Mit dabei Ich habe bei das Schlachtschiff, keine Ahnung, 50 Mal jetzt in einer Hitcombo getroffen Ich auch Nee, das ist halt, du machst halt dann wenigstens Schaden dieses Ja, überhaupt keinen Ja, oder halt überhaupt keinen Wir haben es ja beide 50 Mal getroffen Wer ist denn eigentlich die Pussy, die da hinten auf offener See ganz weit weg fährt? Das ist keine Pussy, hier hinten kommt die St. Louis, das habe ich euch gesagt Hier hinten kommen die Gegner, das ist das Na, da kommen die Gegner, die du dir einbildest Nein, die kommen da Das ist ja komplett hodenlos, guck dir das mal an Das wirst du sehen, hier hinten waren die Und ich stehe halt wahrscheinlich gleich den zwei Gegnern Wahrscheinlich und dann werde ich jetzt definitiv gleich hin Und tot Ja, ade ist den Heldentoken Jetzt guck dir mal, wie wir das absolut hodenlose Gameplay da hinten haben Das hodenlose Gameplay Ich kann auch nichts dafür, wenn die St. Louis jetzt hier hinten umgedreht hat Ja, auch da, ja, halt Hier, da sind sie doch alle Ja, da ganz weit hinten Ich war schon locker in der Mitte der Map, dreh da meine Runden und du stehst noch hinten am Spawn so Die St. Louis Ja, und ich habe gesagt, dass ich am Anfang, ich habe die Hälfte vom Schaden gefressen Weil ich mittendrin war und keiner von euch da war Denk dir, ich bleib dann da stehen und lass mich holen Nein, die holen dich Na, würde ich ja lachen Nö, die holen nicht, ne Die können die netter für sind, die viel zu kacke Solange wie ich jetzt hier auch nicht aufdeckt bin werde ich jetzt erstmal den Bereich einnehmen Na, jetzt ernsthaft, dadurch, dass hier Flugzeuge kämpfen in dem Bereich Geht unsere Zeit nicht runter? Wollt ihr mich verarschen? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wegen diesen Scheiß-Flugzeugen Okay Ach ja, scheiße Stimmt, die Flugzeuge machen mich ja auf, das ist natürlich ärgerlich So, ich umkreise jetzt einmal Alcatraz und dann geht's richtig krass los Und wieder einer von uns tot, schön Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg Ich hab wahrscheinlich noch keinen Schuss abgefeuert Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg Mensch, wir haben endlich Bereich C, ich glaub's einfach nicht Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg Und dann schlägt euch jetzt auf미nd Sieg Das ist nicht so, ich sage es Ich bin, ich bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin Und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Ich bin ja, ich bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Jetzt fickt dieses Schlachtschiff, Mann! Oh, oh! Uuuuui! Und voller aufs Land! Jawohl! Nein, ich fahre nicht aufs Land! Ich verstecke mich hinter dem Land! Nicht sogar nahe! Das Gegnerische Teamsteuer hat uns für den Sieg! Oh! Oh! Die Insel bewohnt aber ganz schön penetriert, Mann! Nee, hab ich nicht! Denen geht's gut! Aber ich bezweifle, dass wir noch eine Chance allgemein haben! Das ist korrekt! Was haben die denn für eine Reichweite, Mann! Ah, diese verfickte Sankluise, ey! Okay, wir haben 79 Punkte, na, das läuft doch! Easy! Easy! Oh, nein! Oh, oh! 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 Ich werde hier leicht... Oh! 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 Das Gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg! Und Ade ist verschwunden! Also wenn wir Glück haben, ist der Tobi auch gleich da! Ah, weil der ID wird jetzt weg sein! Ja, du machst nur einen Termin! Aber ich bin gerne noch dabei! Was? Wer hat einen Termin?